Der Anlass von diesem Video ist folgender. Und zwar möchten wir am 3.6. ein gemeinsames Iftar machen in der Ibrahim-Al-Khalil-Moschee hier in Berlin. Und wir laden euch ganz herzlich dazu ein. Initiator ist Berliner Muslime, aber es nehmen ca. 5 verschiedene Moscheen der Ahl-Sünna daran teil. Das wären Masjid Ibrahim selbst, Masjid Al-Nur, Masjid Al-Ummah, Masjid Al-Furqan und Masjid Al-Sahaba. Und deswegen seid bitte dabei und schließt euch diesem gesegneten Zusammentreffen, diesem gesegneten Iftar, Fastenbrechen an. Und lasst uns gemeinsam für Allah subhanahu wa ta'ala zusammenkommen. Barakallahu fikum und insha'Allah sehen wir uns am 3.6. in Masjid Ibrahim Al-Khalil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa achobali. Untertitelung des ZDF für funk, 2017